Die Schokobo-Schützerin Mission 14 Ziel Schah-Sahargin Schütz-Steppe, Quell von Ähm... Was steht da? Nym-Var Nur-Nym-Var Oder so Klasse C Ein Schah-Sahargin Macht am Quell von Nym-Var Im südlichen Teil der Schütz-Steppe Jagd auf meine Geliebte Schokoboos Meine Lieblinge, ich muss sie Beschützen Der Fall C hat mein Fliehen Erhört und mir Die Kräfte einer LC verliehen Sodass ich gegen den Sahargin bestehen kann Als Kristall werde ich nicht mehr mit meinem Kleinen Über die Wiese tollen können Doch dafür werde ich ewig Neben dem Quell verhaaren Und über sie wachen Das ist mein größtes Mein größtes Glück Ja Ach immer diese Probleme mit L und I Das kennt man so schwer Weil zu klein ist Achso, da muss ich überhaupt hin Nein Da muss ich hin Also rechts halten Rechts einordnen Gegner ausweichen Denn Denn Das spart Zeit Außerdem cutte ich sowas sowieso raus Falls sowas passiert Falls ich auf den Gegner treffe Der im Weg steht Dann schneide ich das raus Es geht ja bloß Um die Mission Es geht ja bloß Um die Mission So und jetzt werde ich rechts lang In Sahargin Nein Aus Komme ich hier vorbei Schön Müssten gleich da sein Kleines Stück Kleines Stückchen Ich habe natürlich noch die gleiche Ausrichtung Wie vorher Und da steht mir schon wieder So ein bescheuerter Pudding im Weg Nein, ich habe jetzt keinen Hunger Auf Vanille Pudding Oder Vanille Mousse Oder wie der heißt Das sind ja die größeren Versionen Die heißen ja Mousse Da sind auch schon unsere Gegner Sind das die? Nee, das sind die gar nicht Wir sind weit da Ach, jetzt müsste ich auch noch an die vorbei Ach, jetzt müsste ich auch noch an die vorbei Wer ist denn jetzt der Gegner hier? Achso, dann Der hier Ja, tut mir leid Ich habe das nicht gleich erkannt Wer jetzt da mein Gegner ist Nein Ich habe immer Lust, wie soll man da ausrasten Die Scheiße Das wäre ja keine Chance Aber nicht mal 5 Sterne Aber nicht mal 5 Sterne Ja, also Ich weiß schon warum Weil ich wieder zu lange gebraucht habe Könnte man bestimmt mit 2, 3 Heben killen Aber Da brauchst du bestimmt auch Da braucht er bestimmt Ähm, wie heißt das? Präventivschlag, genau Präventivschlag Sodass sie gleich geschockt sind Und Wie auch immer Wir sind hier fertig mit Mission 14 Und wir sehen uns das nächste Mal bei Mission 15 wieder Haut rein Leute Und viel Spaß noch